Zur Acerola gehört auch die Kultur von Barbados oder Westindien, in den tropischen und subtropischen Regionen Zentral- und Südamerikas. Es war ein sehr schöner und glänzender Eindruck von ihrer Arbeit in der Landwirtschaft und enthielt eine Fülle von wertvollen Nährstoffen, die uns von vielen verschiedenen Manövern bereichert wurden. Zusammensetzung der einzelnen Nährstoffe Vitamin-C-Bombe Der außergewöhnlich hohe Vitamin-C-Gehalt der Acerola ist ausgezeichnet. Alle Studiengänge haben herausgefunden, dass sie 30 mal mehr Vitamin-C enthalten, als sie erwartet haben. Dieses essentielle Vitamin enthält ein starkes, uneinheitliches Zentralsystem, das durch Bildung von Kollagen Schutz vor oxidativem Stress und Absorption von Eisen durch die Zellen gekennzeichnet ist. Enthält Antioxidantien Außerdem Vitamin-C, eine Acerola mit vielen sekundären Pflanzenstoffen Einschließlich Flavonoiden und Karotinoiden Sie enthalten Antioxidantien und neutralisieren die Radikale von Noccivoleran, die die Hülle von Mobiltelefonen und verschiedene Arten von Inhalten fördern können. Ballaststoffquelle Eine Acerola-Quelle ist eine verdauungsfördernde Ballaststoffquelle. Es handelt sich um eine gestörte Darmflora, die die Verdauung regelt und zu einem Gefühl der langanhaltenden Heilung beiträgt. Tessuro-Mineral Ein Acerola-Mineral, das wie Kalium, Eisen, Magnesium und Magnesium wertvoll ist und für verschiedene Stoffwechselprozesse des Körpers unerlässlich ist. Das Kalium wird zum Beispiel auf den arteriellen Druck eingestellt, während das Eisen auf die Formierung des Blutes und den Transport von Sauerstoff reagiert. Resumo dos Benefisches Para-Asaude Stärke des Immunologiesystems Über eine konzentrierte Vitamin-C-Konzentration mit Acerola-Apoa oder die Funktion des Immunologiesystems verfügen wir über mehr Widerstandsfähigkeit gegen Infektionen und Infektionen. Schutz vor schädlichen Zellen Da die Antioxidantien von Acerola die Radikale der Bücher neutralisieren und sie schützen, da unsere Zellen oxidativ wirken, kann dies zu einer deutlichen Beeinträchtigung der Verpackungsprozesse und verschiedener Prozesse führen. Beläser Vinda de Detro Ein Vitamin-C und Antioxidantien aus der Acerola Die dem Körper ein strahlendes und strahlendes Aussehen verleihen. Fördern sie die Bildung von Kollagen, reduzieren sie die Fasern und sorgen sie für eine Regenerierung des Fells. Sanfte Verdauung Die Ballaststoffe der Acerola regulieren die Verdauung, fördern die Darmflora und garantieren ein langanhaltendes Sättigungsgefühl. Knochen und Zähne Vitamin-C und Nährstoffe sind wichtig für die Konstruktion und Wartung von Knochen und Zähnen. Energiequelle Eine Acerola kann den Zustand neutralisieren und das Energiegleichgewicht verbessern. Weitere Anwendungsbeispiele Eine Acerola kann in ihre Ernährung verschiedener manierischer Delikatessen integriert werden. Frisches Obst Eine Acerola kann pur verzehrt oder zu Salaten, Smoothies oder Müsli hinzugefügt werden. Succo und Xarope Acerola-Früchte können verwendet werden, um Succo oder Xarope mit Vitaminen zu verfeinern. Die Sie unbedingt konsumieren oder mit Joghurt verzehren, auf Anfrage oder nach Belieben zubereiten können. Kompott und Gelais Die Acerola ist ideal für die Zubereitung von Kompotts und Gelais aus Früchten, die man am Tisch im Kaffee anreichert. Kapseln und Kapseln Acerola in Kapseln ist als dietetische Nahrungsergänzung erhältlich, um konzentrierte Inhaltsstoffe aufzunehmen. Fazit Die Acerola ist eine grüne Pflanze aus der Natur und beeindruckt durch ihr einzigartiges Ernährungsprofil, das uns von verschiedenen Manieren profitiert. Essen in der Natur Wie Succo Gelatine oder Nahrungsergänzungsmittel Die Acerola wird von verschiedenen Manövern geschätzt und bietet ein köstliches Erlebnis und ist immer von Vorteil. Die Acerola ist ein lleger Pflanze. Ich habe einen